Guten Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du. Was wollen wir als nächstes machen? Stampfen. Stampfen, gut. Guten Morgen, guten Morgen, wir stampfen uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du. Und noch, was wollen wir noch? Ein Klappen. Gut. Guten Morgen, guten Morgen, wir klatschen uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du. Was wollt ihr jetzt singen? Wollen wir den Tanzbär machen? Ja. Willst du Tanzbär sein? Ja. Gut. Eins, zwei, drei. Ich bin ein kleiner Tanzbär und ich komme aus dem Wald. Ich suche mir neue Freunde aus und finde ihn schon bald. Mit wem, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du tanzen, nein, mit wem magst du tanzen? Mit dir? Okay. Ach, sie tanzen rutsch und fein vor einem auf das andere Bein. Ach, sie tanzen rutsch und fein vor einem auf das andere Bein. Kai, magst du auch Tanzbär sein? Ich bin ein kleiner Tanzbär und komme aus dem Bad. Ich suche mir neue Freunde auf und finde ihn schon bald. Magst du mit Wurzeln tanzen? Ach, sie tanzen hübsch und fein vor einem auf das andere Bein. Ich bin ein kleiner Tanzbär und komme aus dem Bad. Ich suche mir neue Freunde aus und finde ihn schon bald. Mit Wurzeln magst du jetzt tanzen? Ach, sie tanzen hübsch und fein vor einem auf das andere Bein. Und jetzt darfst du mal erzählen, was du denn in der Krippe mit der Mimi immer zusammenspielst oder erzählst. Er hat Gitarre und Dinos. Was? Habt ihr Dinos? Nee. Da fehlt immer welche mit. Und der T-Vex und der Gitarre zu Jaros und der Hofnauer. Und fehlen dir deine Freunde ein bisschen, mit denen du spielst? Vielleicht? Der Klassi. Der Klassi, der kommt ja vielleicht nächste Woche. Nächste Woche kommt der Klassi. Ja. Cool. Super. Der Klassi hat auch eine große Gitarre. Und Lena, du? Hör mich doch auch deine Freunde ein. Hör mich doch auch eine große Gitarre. Aber nur eine kleine Gitarre. Und du hast. Franz, vermisst du auch deine Freunde? Ja, ich grüße den Theo sehr. Genau. Ich grüße den Andi. Den Schu-Schu? Ja. Und ich grüße den T-Nia. Ah, den Schu-Schu, ja genau. Also wir grüßen hiermit alle liebe Grüße von uns. Wir haben euch oder wir vermissen euch sehr. Auf jeden Fall. Und freuen uns, wenn wir alle wieder hier zusammen sein können. Und wir haben noch ein paar, die wir euch vorbereiten, die ihr bestimmt kennen. Und ein davon ist unser Luftballon-Blitz. Ja. Und davor haben wir auch was vorbereiten. Etwas vorbereiten. Einmal. Ui. So. Mutter. Du. Bei welchem Luftballon fangen wir denn an? Ah. Bei grünen. Ne, welche Farbe hat dein Luftballon, Kali? Gelb. Stimmt. Dann fangen wir mit dem gelben Luftballon an, okay? Eins, zwei, drei. Ein großer, ein runder, ein gelber Luftballon fliegt höher und höher, fasst ihn mir von davon. An der langen Leine, da hol ich ihn zurück. Jetzt hab ich ihn gefangen, da hab ich ihn erwachsen. Lutscht. Lutscht. Gut. Lutscht. Lutscht. Gut. Dann eins, zwei, drei. Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon fliegt höher und höher, fasst fliegt er mir davon. An der langen Leine, dann liegt er mir zurück. Jetzt hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Lutscht. 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 Jetzt hab ich ihn gefangen, da hab ich aber Glück. Lutscht. 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 Lutscht.